Gewünscht, gewünscht. Polaris gewünscht. Wir sind jetzt gerade, wenn ihr hier das guckt auf den Polaris, Leute. Habt ihr den Stream schon angemacht von mir? Wenn nicht, warum nicht, ihr Ficker? Ja, das fragen wir uns, ne? Aber, ja, werden sie schon, werden sie schon, Riki. Ja, macht mal den Stream jetzt an. Folgt mir auf twitch.tv slash rikimania. Und twitch.tv slash follow you. Es wurde ja auch gesagt, dass ich das streamen soll, ne? Also, du kannst mir dann ein Handy geben, mit dem ich dann streamen kann? Ja, wenn alles klappt. Hast du ein Tablet? Ja, aber du weißt doch. Ich hab mir doch was dazu ge... Nein, das bringt nichts. Das ist so langsam, Digga, da kannst du nichts mit machen. Ich brauche auch ein Kassensystem noch. Also, wenn das über mein Tablet läuft, Bruder, dann habt ihr ein Problem. Dann werden die Leute sagen, hä? Ist ja nur einer der Läden. Hier ist so ein Extra-Ding, ich will da gar nicht hin. Ich will da nicht hin, ich will da nicht hin! Was hast du jetzt gemacht? Ich will diese Extra-Scheiße gar nicht machen. Muss ich das machen? Deswegen, die mich? Ah ja, Inseln. Hey, das ist so Extra-Content hier in diesem Spiel, den ich eigentlich gar nicht... Habe ich noch nie gemacht. Also, ich weiß gar nicht, was hier los ist. Hast du das mal Feuerrot durchgespielt oder nur Rot? Äh, ich hatte mal eine Feuerrot-Nasslock, oder die habe ich wahrscheinlich nicht... Musst ich wahrscheinlich nicht zu Ende spielen, denke ich mal, ne? Wahrscheinlich musst du das hier einfach machen. Ich denke nicht. Ich denke schon. Sonst hätte ich einen Plan. Ich schnappe mir gleich mein Dodo und verpiss mich. Ja, pass auf, das Ding ist nicht wieder böse Kommentare schreibt, weil wir es Dodo benutzen. Tja, in Schreib werden halt böse Kommentare kommen, ne? Ja. Ne? Weißt du, wer heute auch böse Kommentare kriegen wird? Na, wer denn? Nerdy. Warum? Der hat sich heute positioniert. Auf Twitter. Habe ich gesehen. Positiv zu Shuyoka. Nee. Halt eben nicht. Das ist doch negativ zu Shuyoka, man. Ja, eben negativ. Deswegen, dat hat doch Konsequenzen, ne? Das wird doch Konsequenzen heute haben. Die Nummer ist hier nicht verfügbar. Ihr seid... Wir wollen mich doch alle verarschen. Das machen die doch mit Absicht. Das machen die doch safe mit Absicht hier, dass ich nicht wegfliegen kann. Wenn dein Pokémon nicht gerade dabei ist, hast du das Pech gehabt, oder was? What the fuck? Wahrscheinlich kannst du mit dem Boot auch wieder zurückfahren, ne? Ich habe mir das jetzt gar nicht durchgelesen. Also, ich gucke jetzt erstmal, ob ich wieder wegkomme. Also, muss der Born. Einfach gehen. Na, siehst du. Ne, ich kann nur in die anderen Islander. Ja, warte. Wie soll ich es aussprechen, Ricky? Ja, nein. In die anderen... Elends, Islands? Ich gehe da jetzt mal hin und gucke mal, ob ich beim nächsten PC benutzen kann. Ich komme mal ganz kurz. Pokémon. Feuer. Rot. Island. Hier sind Pokémon... Ey, ich kriege das schon hin. Ich komme schon wieder weg, denke ich. So, können wir jetzt... Oder sind die... Bitte, lieber Gott, lass jetzt den... Ne, scheiße, was soll ich denn hier machen? Was ist denn da? Ich habe es nicht gemacht. Also, du musst wieder zurück zu Island 1. Ja. Und dann ist direkt rechts dann ein Berg. Und dann müssen wir mal kurz zwei Team Rocket-Leute klatschen und dann können wir wieder zurück. Okay. Perfekt. So, Ricky, dann reden wir mal über was. Denn ich hatte gestern... Ich hatte gestern einen Weckruf. Oha. Einen Weckruf hatte ich gestern, ja. Und zwar... Ging es mit meinen Beinen wieder los. Ja, habe ich gesehen. Wo nach rechts? Geh doch erstmal hoch bis zum Pokémon Center, Wolloh. Nee, du hast es richtig, du musst surfeinsetzen. Entschuldigung. Geh zum Glutberg, rechts von Island, nach oben surfen, weiter hoch und wieder hoch surfen. Gleich am Anfang rechts, wo die beiden Team Rocket-Leute stehen. Ich habe es nicht verstanden. Geh zum Glutberg, rechts von Island 1, nach oben surfen, weiter hoch und wieder hoch surfen. Gleich am Anfang rechts, wo die beiden Team Rocket-Leute stehen. Ist nur ein offener Höhlen-Eingang. Nachdem wir erfahren haben, dass das Passwort A-Bock-Cobra ist, können wir beide zusammen herausfordern. Okay. Das weiß ich immer noch nicht, wo ich hin muss. Aber ich gehe einfach hoch, Leute. Ich resumme mal, ne? Ja. Wir können den Pokémon fangen. Den können wir fangen, den können wir fangen, können wir fangen. Soll ich einen Meisterball nehmen von Katarabra? Nee, ich flüchte, flüchte einfach. Scheiß drauf, es 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Nee, ich habe Sonderbonbons, ne? Ja, wenn du willst, mach. Jetzt ist es jetzt. Jetzt habe ich gedrückt. Das war Riggis' Entscheidung, Leute. Einfach hoch, hoch, weiter hoch, weiter hoch. Er geht einfach woanders hin. Ich weiß noch nicht, ob ich hier weiter hoch auf dem Wasser muss oder ob ich hier auf die Insel muss. Ich sage dir sowas weiter hochsurfen, bis wir einen Höhlen-Eingang finden. Du bist auch einfach resistent gegenüber Richtungsangaben. Ja, das wird ja offensichtlich nicht der richtige Weg sein. Nein, du bist einfach resistent und so. Er hat gesagt, ich muss hochsurfen, bis ich einen Höhlen-Eingang finde. Lass mal zurückgehen und aufs Land. Okay, soll ich jetzt aufs Land? Aber hier ist noch kein Höhlen-Eingang. Darf ich denn jetzt drauf? Ich gehe aufs Land jetzt. Hier muss irgendwo ein Höhlen-Eingang sein. Hier. Und der kann auch nicht schon gewesen sein oder so, weil... Keine Ahnung. Ja, das ist doch... Digga, du weißt es halt selber. Der hat keine Ahnung und sülzt mich voll, als wäre ich hier wieder der Vollidiot. Du wolltest einfach sagen. Du hast was gemerkt. Ich gehe mit dir nicht mehr. Was mit deinem Bein? Also mein Bein ging wieder los. Das war fett. Ja. Und meine Oberschenkel hatten wieder diese... Da sind zwei so... 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 Geschwülste, sag ich mal. Ja. Links und rechts. Und die haben wieder losgelegt. Ja. Und das war... Scheiße. Ja, verstehe. Also ich sag mal wirklich richtig, 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 richtig scheiße. Und das hat mir gezeigt, Digga, ist zwar schon alles ein bisschen besser, aber es reicht noch nicht. Es reicht noch nicht. Und das hat zur Folge, dass ich meinen eigentlichen Plan, mich voll zu fressen bei dir, der ist da hin. Wir machen das anders, Riggi. Wir werden uns nicht voll fressen, sondern wir nutzen diese Zeit effektiv. Für Sport, ja. Um dünner zu werden und die Ernährung ein bisschen auch vernünftig zu bringen. Wir beide. Ja, finde ich gut. Das schadet uns beiden nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Denn, Leute, wir werden ja auch ungefähr... Aber ein-, zweimal die Woche können wir schon was machen. Ja. Wir werden ja so ein bisschen länger streamen. Wir wissen noch nicht genau, wie lange. Vielleicht eine Woche. Vielleicht auch nur noch 42 Stunden. 72 Stunden. Das wäre dann ganz cool. Schaltet auf jeden Fall ein bei mir. Und vielleicht auch auf dem Bexy Boys Kanal auch. Wir sind noch immer bei beiden vielleicht streamen. Auf jeden Fall wird das so laufen. Wir werden da ein bisschen streamen. Wir werden da Quizzes machen mit Teasy. Wir werden Kochstreams machen und so weiter. Vielleicht können wir uns da ein bisschen verfolgen und so weiter und so fort. Wir machen einen geilen Rindsbraten. Eee. Eee, was? Nicht so geile Rinderbraten? Geil. Ich bin fett. Hatte ich noch nie. Keine Ahnung. Das ist ein Rind. Das ist Fleisch. Wie Burger. Nur im Braten. Ist das hart? Nee. Kein bisschen? So, dann habe ich einen Mixer. Ich esse nichts, was gemixt ist. Ich mache jetzt einen Mixer rein und dann kannst du Smoothie trinken. Will ich nicht. Kannst einen Rinderbraten-Smoothie trinken. Will ich nicht. Will ich nicht. Aber ich habe auch noch was gemacht. Ne? Entgegen meinen Vorsatz. Weil in Hamburg muss ich natürlich irgendwas essen. Das ist ja klar. Da kann ich das dann nicht so durchziehen. Weil da bin ich im Hotel. Da gibt es dann Schorsch. Ja, dann bin ich mit Schorsch. Ich war auf Lieferando. Oh, hast du mal geguckt, was es da alles gibt im Hotel, ja? Ich habe geguckt, ne? Und ich sage dir, in dieses Hotel können wir 645 verschiedene Restaurants bestellen. Ich weiß wohl. Und in deiner Nähe habe ich mal gewohnt. Das finde ich ziemlich krass, muss ich sagen. Das war sehr krass. Und ich habe schon gesehen, es gibt Five Guys, Digga. Da wollte ich... Das ist ja immer die Gelegenheit. Also ich werde auf jeden Fall... Also Five Guys bestelle ich safe einmal. Aber ansonsten wird es echt schwierig, mich da zu entscheiden. Was ich dir empfehlen kann, ist Mini-Grill St. Pauli. Mini-Grill St. Pauli ist wirklich lecker. Da gibt es eine halbe Hähnchen und Pommes und sowas. Also mal richtig, richtig geil. Ich mag keine halben Hähnchen und ich kann keine Pommes essen. Danke dir für deinen Beitrag. Aber das geht nicht. Verschreie ist halt weg. Das macht mich sauer, ne? Was soll ich denn machen? Die können so hart sein, die Pommes. Ja. 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 Wobei, so Lieferando-Pommes in der Regel, ne? Nee, eigentlich geht nicht. Aber wie gesagt, du kannst, glaube ich, auch Schorsch sogar bestellen. So, die nach Hause. Ess jetzt Schorsch, willst du einmal so eine scheiß Schaschlik oder Wurst mit dieser geilen Soße und ein bisschen Getoffersalat dabei? Ich werde die Wurst da einmal essen und dann sagen, Rikki war nicht geil. Danke für nichts. Es geht doch nicht um die Wurst, es geht doch nicht um die Soße. Ja, die werde ich nicht geil finden. Das kann ich dir hundertprozentig sagen. Was ist, wenn du sie geil findest? Bläst du mir dann ein? Ich blase sie auf gar keinen Fall an. Auf gar keinen Fall. Weil die Schorsch doch besteht, dass er sie gut für dich so ist. Nicht mal für 10.000 Euro würde ich dir einblasen. Nicht mal für 10.000 Euro. Ich schone sofort. Wenn du mir sagst, 10.000 Euro, blase ich dir einen kleinen Pimmel ein. Ich weiß ja, wie er aussieht. Nicht, dass ich erschrecke, sondern wenn er dich erschlägt. Ähm, nee. Nein. Nein. Klares, klares auf gar keinen Fall. Was haben wir jetzt? Das hat mich so durcheinander gebracht mit dem Penis. Ja. Rikki ist abgelenkt, Leute, wie immer. Ich bin nicht abgelenkt. Der muss nebenbei noch eine Mandel nachkaufen. Ich habe schon noch Mandel. Hat immer noch Sorge. Die Mandel nicht reichen. Nee, es kommen heute mal Mandeln, aber so ging es zwölf. Nummer 40 Kilo. Dann habe ich 100 Kilo Mandel. Plus ein paar zerquetschte. Also 500, 200 Gramm packen oder 1100 Gramm packen sozusagen. Also insgesamt hast du knapp 750 packen, sagen wir mal. Ja, ja, ungefähr, ja. Ja, wieder wo reichen. Ah, 6 Euro. Hoffentlich sind die alle weg, Nerte Polaris. Tja, da bin ich mal gespannt. Ich auch. Ähm, wie nehme ich, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Nimm mal irgendwas, ne? Zieh das weiter so durch. Bin ich die Preise schon mal durchgegangen hier mit euch? Ja, bist du, bist du, bist du, bist du, bist du. Bist du, bist du aggressiv. Und ansonsten seht ihr sie, wenn ihr auf der Polaris seid, Leute. Du bist ein Stück Scheiße, Leute. Wie ist das eigentlich, Rigi, wenn ich da dann euren Aufbau filme, ne? Ja. Darf man da dann auch schon ein bisschen rüber gehen? Oder darf man das wahrscheinlich dann nicht über... Ich würde es erstmal nicht machen. Aber ich, keine Ahnung, bestimmt. Ich sehe ja, was die anderen tun. Ja. Wenn andere das machen, mache ich es auch. Ja, wir gehen auf jeden Fall mal zu den Mushrooms, würde ich sagen. Ja gut, das ist ja was anderes. Oh, hier ist eine Höhle. Hm. Das ist der Ludberg, muss das jetzt sein? Nee, das ist der Gluttherme. Wer kann nämlich hier heilen? Ja, ich will fast schon ins Wasser gehen oder so. Genau. Das ist doch super. Okay, dann halt nicht hier, ne? Wahrscheinlich war der hoch. Vielleicht. Extra-Content, das lieben wir in unserem Pokémon spielen. Hm, hm. Kriel heilt es nicht voll, ne? Von dem Männchen. Das weiß ich dir, wie es ist. Ja, was ich jetzt gerade noch gemacht habe, ist sicher, ich habe gerade alle Zimmer schon hier, die nicht von mir sind. Also ich habe quasi noch dein Zimmer gelassen jetzt in dem Hotel. Und den Rest, äh, 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 nicht, nicht. Schon gut. Erzähl dir gleich, was ich gemacht habe. Kann ich jetzt nicht erzählen im Part. Kannst du nicht? Nee. Aber ich bin jetzt im gleichen Hotel wie du. Ja, du bist im gleichen Hotel wie du. Und das ist sicher. Und wenn ich da Donnerstag da bin, habe ich auch ein Bett und so, und dann muss ich nicht plötzlich auf dem Boden bei dir schlafen oder sowas. Nö, 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 nö. Also du hast ein Zimmer. Okay. Und da komme ich auch rein, wenn ich erst später komme und so. Das ist alles. Hä, warum soll ich da nicht reinkommen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wann ich da einchecken kann und wann nicht. Na, vier, zwei Stunden, Alter. Das sind vier, das sind vier Sterne Hotel. Und als 15 Uhr kannst du einchecken. Easy. Wir checken ja auch erst, nachdem wir aufgebaut haben. Du machst das ja eh, ne? Nämlich machen. Ja, wir zusammen, ne? Das ist ja auf deinen Namen. Check ich nicht. Nee, das ist ja auf deinen Namen. Das Zimmer. Du musst das ja selber holen. Mit deinem Ausweis und so'n Scheiß. Ach so. Das habe ich ja extra gemacht, falls du vielleicht schon mal früher los willst, weil du dich nicht fühlst oder so, dass du dann selber hingehen kannst. Verstehst du? Checkste. Checkste. Ich versuche das zu checken, ja. Versuche ich. Leute, ich habe Angst. Wollen wir auf Musik ist plötzlich? Weiß ich nicht. Echo, stopp. Bei mir nicht. Wovor hast du Angst? Ihr vor allem. Ach, Mann. Das Hotel ist direkt gegenüber. Es kann nicht schief gehen. Es kann was schief gehen, aber es wird nicht schief gehen. Sollen wir mal ehrlich. Es könnte schon einige schief gehen. Ich kann nicht vom Hotel dahin laufen? Ja, es geht direkt gegenüber. Riesut direkt gegenüber. Es ist Straße rüber und ich bin da. Straße rüber und du bist da. Nicht noch nach rechts oder links und so. Eigentlich nicht, nö. Okay. Und ich fand. Ja, bin ich ja mal sehr gespannt. Soll ich sagen, soll ich lieben, wo wir sind, dass die Fans voll im Hotel warten können. Ich denke, das kanntest du wohl. Wir sind im Intercity. Intercity Hamburg Dammtor. Jetzt haben wir den Salat. Du siehst sogar auf dem Foto des Hotels die Messe. Okay. Jetzt bin ich im Blutberg. Ich will nicht im Blutberg sein. Da sind die Team Rocket, Leute. Das ist sogar auf der richtigen Seite. Sehe ich gerade. Das ist sogar auf der richtigen Seite. Das ist sogar genau da, wo ich rein muss. Ich kann da nichts machen. Ich muss wahrscheinlich erst dieses Passwort herausfinden. Sonst geht das nicht? Wahrscheinlich. Gar keins eigentlich. Explosion. Warum hast du denn auf Ja gedrückt? Wenn du gar nicht das lernen soll, du drückst einfach auf Ja. Hier braucht man eventuell auch Stärke. Oh nein. Nein. Also wenn wir jetzt hier Stärke wirklich brauchen und ich komme, wir nicht mehr weg, haben wir ein Problem. Hast du nicht das Dodo noch im Inventar? Nee. Ich kann jetzt nicht fliegen. Ja, egal. Schau mal. Guck mal nach, wo man das Passwort herkriegt. Das werden wir per Hand kriegen müssen. Das erste Passwort A-Borg-Kopper hält man am Blutberg, wenn man zwei Team Rocket-Rübel belauscht. Lauscht. Lauscht. Okay. Okay. Wir reden mal mit denen. Hier drüben. Wir versuchen hier zu graben. Der Schatz, über den der Vorstand redet, muss hier irgendwo sein. Weißt du, du bist im Weg. Verschwinde. Tja, gut. Ich gucke mal in die Komplettlösung selber. Ja, weiter. Also, keine Ahnung. Also, wir sind hier völlig falsch. Hab' ich ja gesagt. Wir müssen auf Island 2 und da irgendwie, irgendwie einen Meteoriten abgeben. Ich kann Sachen nicht lesen. Es tut mir leid, ich entschuldige mich. Ich kann einfach nicht lesen. Kannst du wirklich nicht? Kannst du wirklich nicht? Also, keine Ahnung. Nee, ist es. Nimm keine Ahnung. Ist du auch wirklich halt. Sie ist mal das Gleiche. Und dann machst du mich an. Das hasse ich, ne? Das ist das Schlimmste daran. Wenn wir dann wie ein bisschen sehen, du bist der Trottel. Kannst du nicht verstehen? Bist ja auch ein Trottel. Ich hab' dir doch vorgelesen, was er steht. Kannst du nicht verstehen? Du kannst anscheinend gar nicht verstehen, was du lesen sollst. Und was nicht. Kannst du auch mal mit sich über mich lustig zu machen, dass ich nicht richtig lesen kann. Ich war halt nicht immer oft in der Schule. Und mein Leben war halt nicht so einfach zu dem Zeitpunkt. Und ich hab nie wirklich lesen und schreiben gelernt und sowas. Und das machst du nicht einfach bei mich lustig. Das war so lustig, dass du immer so fett und hässlich bist, follow. Das geht nicht. Da kannst du auch nichts für. Halt im Maul. Du könntest auch eine Pokémon mitnehmen, vielleicht ist das noch ein Meisterbein zweiter. Was? Ich will das noch zweiter Meisterbein. Nuschel ich so doll heute? Irgendwas mit einem Meisterball. Ich hab' gesagt, wir könnten den Meisterball da oben mitnehmen. Nee, brauchen Sie. Es ist mir aber wirklich auch negativ aufgefallen. Ich bin so hart am Nuscheln in den letzter Zeit. Ja, bist du öfter mal. Das ist ganz, ganz schlimm. Du hast angefangen, so richtig krass schnell zu reden und dich andauert, wenn du was erzählen willst, du was schlagen dabei. Ja. Das hast du ganz, ganz oft so. Das hast du ganz enorm angefangen. Aber warum? Das ist schlimmer geworden. Viel schlimmer. Das ist viel schlimmer geworden. Ja, warum ist eine gute Frage. Ja. Das wüsste ich auch gerne, warum dazu ist. Und wie ich dir das wieder austreiben kann, diesen Teufel. Das wäre ganz gut. Ja, wäre es wirklich. Damit ich mir wieder vernünftig artikulieren kann. Das wäre super, ja. Man versteht mal, was du sagst. Ja. Oh Mann, ist das ein schönes Spiel. Oh Mann, ist das ein schönes Spiel. Das wäre auch mal ganz schön. Das wäre auch mal ganz schön. Ja, gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe das gesehen und dachte mir, das wollte ich doch nicht im Titel. Ja, ist mir egal. Ich habe doch ganz klar gesagt, dass ich das nicht wollte. Ist ja auch nicht im Titel, ist ja im Thumbnail. So ein Scheiß, ne. Also, auch das hat das so, also. Finde ich überhaupt nicht gut. Also, finde ich überhaupt kein bisschen, kein bisschen gut. Ich bin da komplett, zu 100% bin ich dagegen. Komplett. Es geht um die Musik und Blowjob-Part, Leute, falls ihr euch fragt. Der nervt. Mein Gott, muss denn wirklich jedes Mal das erste Pokémon Wasser-Pokémon sein? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Jedes Mal, ohne Ausnahme. Das ist die Route. Was halten wir denn davon, dass Jürgen Klopp zu RB Leipzig geht, Wolloh? Digga. Eher so. Was halten wir davon, Wolloh? Ja, finde ich gut. Ne, ist nicht gut. Das musst du nicht gut finden. Das ist nicht gut. Finde ich scheiße. Da darf man nicht hin. Das ist kein Traditionsverein, ne? Das ist kein Jürgen Klopp. Oh, der kennt sich aus. Der weiß das doch, Wolloh. Das habe ich damals mitbekommen, dass sich alle aufgeregt haben. Das ist ja nur so ein Verein, aus Geld, Woll. 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 Ganz ehrlich. Egal. Das ist in der ersten Mal das und zweit ist das so Bullshit. Jeder Verein ist mittlerweile Commerz und sowas. Das ist doch Bullshit. Das ist der ganze Fußball ist Commerz. Mehr nicht. War es früher nicht. Vor zehn Jahren war das noch nicht so. Nein! Erweiter hat noch alles aus Spaß an der Freude. Natürlich. Wie man jetzt ein Place aus Spaß an der Freude macht. Das ist ja leider verloren gegangen. Ich muss halt mal beim Friseur anrufen. Ich muss halt zum Friseur unbedingt hin. Ja, meine Mama schneidet mir morgen noch mal die Haare. Und den Bart vielleicht. Und den Bart auch, ja. Wenn ich bei dir bin, gehe ich dann mal zum Barbier oder so. Ich habe einen Friseur, der macht Haar und Bart. Das ist ganz nett. Nee, der macht das nicht gut. Ich sehe das bei dir. Hä? Du machst das super. Naja. Natürlich. Das ist nicht mein Geschmack. Er kann es ja länger lassen. Muss ja nur sagen, wie lange ich das haben will. Ich will es ja mal haben. Okay. Mann, Ricky. Was denn? Was? 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 Ich weiß sie auch nicht. Ich bin so nervös. Nee, durcheinander und nervös. Du bist nervös wie der Polaris. Ich bin einfach richtig. Ich bin morgen wach geworden, mit mir auch richtig flau im Magen. War richtig schlecht bei mir. Jetzt wachst du, wie es mir geht. Du machst ja nichts zu befürchten. Nein! Du machst da Ding. Ich habe nur eine Pleite zu befürchten. Ja, eine Pleite. Hättest du die Polaris ja nicht machen brauchen. Du wolltest das unbedingt. Jetzt scheiß, dass ich in die Hosen verangst. Aber vorher war so, die Kohle, ne? Die Kohle, ne? Äh, äh, Geschäftsmann, wissen du, das kennst du nix von. Und jetzt hat er Angst, ne? Klappt ne? Oh, Wollo. Die kaufen meine 700 Kilo Mandeln nicht. Warum hab ich 700? Wollo, warum hab ich 700 Kilo gekauft? War so gesagt, kauf nur 70. Ja. Erstmal hab ich nur 100 gekauft, du Arschloch. 700, Wollo. In meinem Traum hab ich 700 Kilo verkauft. Aber in Wahrheit nicht. Och, Mann. Ja. Das weiß ich nicht. Ich seh schon. Keine Ahnung. Wird schon. Es geht mir nicht darum, dass du ver... Es geht mir darum, ich hab Angst, dass irgendwas nicht klappt. Mit dem Aufbau oder sowas. Weißt du, dass vielleicht irgendwas nicht funktioniert. Das hätt's ja vorher... Ich weiß doch nicht, warum du da nicht mal nachgefragt hast, ob dieser Stromanschluss vorhanden ist. Strom ist doch alles da. Ich weiß das doch. Warum hast du denn dann Angst, dass der Stromanschluss nicht geht? Nee, dass irgendwas nicht funktioniert. Es ist zwar bestellt, ne? Aber irgendwas ist nicht da. Verstehst du, wie ich meine? Dieses so typische so... Irgendwas geht nicht. Irgendwas ist kaputt. Irgendwas wurde falsch übermittelt. Das Internet ist nicht da. Weißt du, wie ich meine? Das LAN-Kabel liegt da nicht oder sowas. So Kleinigkeiten. Weil ich krieg ja eine 50 MBit-Leitung hingelegt. Extra für mich. Das ist nice. Das hab ich mich eh schon gefragt. Wenn dann alle da dieses WLAN da benutzen, wie willst du denn da vernünftig mit Streams? Nee, nee, ich krieg da die extra in eine LAN-Leitung hingelegt. So. Was ist, wenn das Kabel nicht ausreicht? Weißt du, wie ich meine? Das sind so Kleinigkeiten. Ich nehm dir noch extra ein bisschen LAN-Kabel mit. Aber dann bräuch ich den... Hast du zufällig so einen Adapter? Du brauchst einen Switch. Du hast doch einen Switch. Wie so einen Switch? Ich brauch doch keinen Switch. Ich brauch doch nur einen. Ja, aber wenn du nicht einen hast, dann nimm doch den Switch. Da kannst du doch den Anschluss reinstecken und dann weiterführen. Oh, du hast recht. Sag mal, bist du dämlich oder was? Du hast ja voll recht. Das ist ja voll die gute Idee. Was ist denn los mit dir? Das ist ja voll die gute Idee. Tja, mega gute Idee ist das Offensichtliche, weil du es neben dir stehen hast eigentlich, Digga. Was ist... Nimmst du von zu Hause einfach mit? Ich hab nur noch einen über. Ja, also... Bruder. Das ist ja voll die gute Idee. Ich hab nicht so ein Einzelding. Da sind sechs dran. Was mach ich jetzt? Ja. Den kann ich nicht benutzen, weil da sind mehr dran. Die kann ich nicht alle ausfüllen. Ach so, schade. Es ging darum, falls es nicht lang genug ist, dass ich es verlängern kann. Aber das kriegt ja nämlich den Switch. Ja. Das, Alter, follow. Ja, einfach mal fragen, wenn was nicht klar ist. Na ja, hast du noch irgendwelche Sachen, wovor du Angst hast? Wo ich dir die Angst nehmen kann? Ja, ich weiß nicht, ob die Wattzahl ausreicht. 15 Watt. Das hättest du anfragen können. Da hab ich das nicht mein Opa gefragt. Hab ich mein Opa angerufen. Ich hab das und das an Geräten. Wie viel Strom brauche ich? Was sagt der? Ja, 15 Watt. Dann reicht's doch. Leute, Part ist vorbei. Die Wattzahl errechnen wir dann im nächsten. Bis dann und ciao. Tschüss. Ciao.